Ich bin hier als Breitband Bartonek. Viele kennen mich noch, als ich Stefan war. Aber jetzt bin ich Breitband Bartoneks zentral gesteuertes Sprachorgan für die Außenwirkung. Was ist Breitband Bartonek? Das ist ein freies Fresseportal und ein Überhaltungssender. Man kann es übrigens auch abkürzen. Das heißt dann B-B-B, aber nicht B-B-B. Ohne die Friedensmahnwachen würde es Breitband Bartonek aber gar nicht geben. Man kann also sagen, B-B-B ist ein Bastard mit vielen Vätern und einer dicken, willigen Mama. Die Mama bin ich, die Väter werden Stück für Stück in nächster Zeit vorgeführt. Die Mahnwachen waren das Bett, wo mein Kind B-B-B gezeugt wurde. Ohne diese Bewegung hätte diese gehirngeschwängerte Ausgeburt von mir niemals das Licht der Welt erblickt. Daher kommt heute eine Dankesrede. Ein Loblied auf die Mahnwachen, aber auch eine Abrechnung mit unseren Kritikern. Einen Titel hat das Ganze auch wieder. Ich nenne den Text, den ich heute vorlese. Die Mahnwachen für Frieden sind tot, lang leben die Mahnwachen für Frieden. Vor einem Jahr also bin ich da gesessen und habe meine erste Rede gehalten. Ein paar Wochen davor ist Lars Mehrholz in Berlin auf die Straße gegangen und hat einfach mal so gesagt, er hat kein Interesse mehr an Krieg. Keinen Krieg für irgendwas. Wir wissen, was dann passiert ist. Anstatt, dass man sich vernünftig mit ihm auseinandergesetzt hat, hat man ihn gleich mal, allen voran, die mollige Frau aus Frankfurt als Antisemit oder Neurechten und Neurechten vorgeführt. Natürlich darf man auch nicht vergessen, dass man ihn einen Verschwörungstheoretiker genannt hatte. Wisst ihr, dass diese selbsternannten Kritiker und Hüter des Wohlfühlvolkskörpers mitunter auch die Theorie vertreten, dass es rund um die Mahnwachen eine breite Absprache gegeben hat zwischen Ken Jebsen, Jürgen Elsässer, Andreas Popp und anderen anfänglichen Unterstützer dieser Bewegung. Das nenne ich mal eine Verschwörungstheorie. Also bitte, Aluhut für alle. Da hat man den Lars dann also vorgeführt und mal medial so richtig als Sau durchs Dorf getrieben. Aber nicht nur ihn, auch uns Wiener hat man nicht verschont. Ich habe mir die Mühe gemacht, nachzuforschen, woher dieser Kübel eigentlich kam und wer da alle reingekackt hatte. Und wenn man sich dieser Abartigkeit aussetzt, dann kommt man irgendwann zu einer völkisch-nationalen Ideologie, die vorgibt, links zu sein, aber eigentlich ziemlich rechts, 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 bis extrem rechts ist. Und das nennt sich dann Anti-Deutsch. Das klingt komisch, ist aber so. Ich finde den Begriff ja sehr völkisch, muss ich sagen. Und nachdem diese hohlen Nüsse, das unserer Bewegung immer wieder unterschieben wollen, nenne ich sie, die Anti-Deutschen, samt ihrer Ideologen und ihrer Helfershelfer einfach mal die Borderliner-Bewegung. Jetzt muss man es wissen, dass sich Borderliner hauptsächlich durch eine unglaubliche Widersprüchlichkeit auszeichnen und ihre innere Zerrissenheit ihrem Umfeld überstülpen wollen. So eben auch die Anti-Deutsche Ideologie. Die sind nämlich Anti-National, hängen sich aber gern Israel- und Amerika-Fahnen um, wenn sie aufmarschieren, um gegen Friedensdemos zu protestieren. Die verlangen die totale Transparenz, haben aber hauptsächlich Fake-Namen im Internet, wenn es daran geht, andere Menschen wie Stasi-Blockwarte zu denunzieren. Die sind auch total religionskritisch, wenn es gegen den Islam geht, aber lassen vorwiegend Juden und auch Katholiken und Evangelikalen so ziemlich alles durchgehen, was die an Verbrechen begehen. Die anti-deutschen Ideologen samt ihrer Anhänger und ihrer Helfershelfer stürmen Buchvorlesungen an Universitäten, provozieren syrische Flüchtlinge dabei und wenn sich einer wehrt, zeigen sie ihn dann bei der Polizei an, wie es auf der Uni in Leipzig passiert ist. Und dann reden sie im gleichen Atemzug davon, dass wenn die israelische Armee massive Menschenrechtsverletzungen gegen die palästinensische Bevölkerung begeht, dass das ja alles legitime Notwehr ist. Klingt komisch, ist aber so. Der junge Linke, nennen wir ihn KJ, aus dem Dunstkreis der Antideutschen, aber mit gefestigter Position bei den Julis, also den jungen Linken, hat zu mir letzten Jahres gesagt, wie ich meinte, dass es irgendwie nicht so cool ist, dass die israelische Armee den Gazastreifen in Schutt und Asche bombt und dabei zuhauf auch Kinder und Jugendliche und hauptsächlich andere Zivilisten umgebracht werden, hat er darauf gesagt, dass das ja alles legitime Notwehr ist. Es gibt im Strafgesetzbuch einen Paragrafen, der nennt sich Überschreiten der Notwehr. Darüber sollte man mal nachdenken, wenn man sich zum Verteidiger von Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen machen will. Ich will diesen jungen Mann, dem KJ, jetzt aber gar nicht zu nahe treten, denn er ist eigentlich ein cooler Typ mit Elan und Schneid, nur er ist halt etwas gehirnmanipuliert. Jetzt kann man sich also fragen, wie geht denn das? Wie kann denn so ein junger Mensch, der eigentlich sagt, dass er links ist, eine menschenrechtswidrige Besatzung wie in Gaza gutheißen? Wie kann so ein junger Mensch die imperialistische Politik der Vereinigten Staaten von den Amerikanern einfach ignorieren? Und wie kann so ein junger Mensch dazu gebracht werden, dass er, obwohl er sagt, er ist ein Linker, mithilft, dass sich Vorurteile gegen Moslems und ihrer Religion bis in die Spitze unserer Medienlandschaft verbreiten können? Wie es zum Beispiel sehr schön bei der Stadtzeitung Falter oder im Standard miterleben zu können ist? Wie kann man so einen jungen Menschen dazu bringen, dass er zu einer Entwicklung beiträgt, dass man alle Palästinenser mit der Hamas gleichsetzt und so eine vernünftige Debatte über die Unterdrückung des palästinensischen Volkes gar nicht mehr möglich macht? Oder dass man den Iran als bitter, böses, diktatorisches Land hochstilisiert? Obwohl jeder Depp, der Facebook hat und ein bisschen Englisch kann, sich vom Gegenteil überzeugen kann, indem man sich einfach mit jungen Iranern befreundet und sich mit ihnen austauscht? Wie bringt man so einen jungen Menschen dazu, dass er den Menschenrechtsaktivisten von BDS vor laufender Kamera Antisemitismus unterstellt und das noch dazu auf primitiven Neid zurückführt? Wie bringt man so einen jungen Menschen dazu, dass er die faschistischen Tendenzen in der Ukraine ignoriert, öffentlich kein Wort zu dem Massaker in Odessa verliert, sondern lieber Putin und die Russen wie viele andere, hauptsächlich ältere, Kaltkriegsneurotiker auch, als Bösewicht und alleinigen Aggressor sehen wollen? Ich frage mich, wie geht das? Ja, und das geht, indem man ihn nicht mit Scheiße beschmiert, wie man es mit uns getan hat, sondern indem man ihm direkt in den Schädel hineinscheißt. und das, das geht nicht mit reiner Gewalt, sondern das geht nur mit Zuneigung und Autorität, weil du musst ja mal ganz nah rankommen an seinen Kopf, ihm dann langsam die Schädeldecke abschrauben und dann langsam deine Haufen da hineinfallen lassen, wo eigentlich ein gut funktionierendes Gehirn sitzt. Und wie geht man also ran an den Kopf von so einem begabten, jungen Menschen? Und so, so kommen wir wieder zur Widersprüchlichkeit der Borderliner-Bewegung, die sich eben in der antideutschen Ideologie spiegelt. Das hört sich nämlich ziemlich bescheuert an, diese Widersprüchlichkeit, aber leider sind die nicht so bescheuert. Die sind sogar ziemlich intelligent, diese Typen. Und so landen sie dann zum Beispiel wie der Andreas Peham beim DÖW, dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Einer der wichtigsten Institutionen in Österreich, die eigentlich nie und nimmer politisch missbraucht werden dürfte. Es aber wird. Und dieser Andreas Peham darf dann unter seinem Pseudonym als Autor, da heißt er dann Heribert Schiedl, für den Falter arbeiten und dort für einen Geschichtsrevisionismus betreffend Israel sorgen, das einer Sau graust. Shame on you, Herr Turnherr, kann ich da nur sagen. Was kommt denn als nächstes? Ein Interview mit Holocaust-Leugnern beim Falter? Und wenn wir schon bei so lustigen Borderliner-Agenten sind, kommen wir gleich weiter zum nächsten, nämlich Stefan Griegert. Der kommt als Dozent nach Wien und unterrichtet da an unserer Hochschule Politikwissenschaften und gibt nebenbei noch Nachhilfe in Sachen Antisemitismus. Stefan Griegert ist auch Mitbegründer von Stop the Bomb und pflegt ein nahes Verhältnis zu Hedrick M. Broder, dessen Beiträge neuerdings so gern vom HC Strache verlinkt werden. Stop the Bomb ist übrigens eine NGO, die mitunter dafür verantwortlich ist, dass immer mehr gegen den Iran und seine Bevölkerung gehetzt wird und die ein gutes Verhältnis zu den extremen Rechten in Israel pflegt und eine gute Verbindung zu den Neocons in den USA hat. Man kann also sagen, dass an einer österreichischen Hochschule ein Dozent unterrichtet, der, wenn er es nicht selbst ist, zumindest ein nahes Verhältnis zu Kriegstreibern pflegt. Dieser Stefan Griegert sagt übrigens auch, dass der Begriff Islamophobie ja nur ein Kampfbegriff ist. Aber dann verwendet er das Wort Antisemitismus genauso, nämlich als Kampfbegriff, mit der eine Debatte über die besetzten Gebiete in Israel und eine kritische Haltung gegenüber dem israelischen Militärapparat einfach niedergeprügelt wird. Aber Hauptsache, wir sagen von uns, wir sind links. In Deutschland geht das dann übrigens so weit, dass die Bakshalom-Links-Jugend gemeinsam mit Bergida, das ist ein Ableger von Pegida, auf die Straße geht, um gegen eine palästinensische Friedenskonferenz zu demonstrieren, die zuvor von der Springerpresse als Hamas-Aufmarsch denunziert wurde. Und all diese Typen sind es, die mitverantwortlich sind, dass die Friedensbewegung der Mahnwachen so dermaßen durch den Dreck gezogen wurde, dass sich viele honorige und wichtige Persönlichkeiten da verfürchteten, mit dieser Bewegung auf die Straße zu gehen. Und dass junge Menschen aus dem studentischen Milieu, die eine jede Protestbewegung dringend braucht, sich nicht trauten, mit uns auf die Straße zu gehen. Und auch daran sind die Mahnwachen geschrumpft. Die internen Streitereien und aufgenötigten Distanzierungen haben den Rest gegeben. Die Mahnwachen sind starr geworden und haben sich verpuppt. Aber dabei ist noch einiges passiert. Innerhalb der Linken in Deutschland ist eine Riesendebatte entstanden über die Atlantikbrücke, über den ewigen Vorwurf des Antisemitismus, der vor allem gegen kritische Linke verwendet wird. Es wird über Denunzierungsportale, Denunzierungsportale, wie Friedensdemowatch berichtet, wo anonym Menschen, die zu feig sind, ihren Namen zu nennen, versuchen, andere Menschen medial hinzurichten. Es gibt Auseinandersetzungen in Redaktionsstuben von Zeitungen und Journalisten, auch bei uns in Österreich, wie zum Beispiel mein Liebling, der Erik Frey oder der H.H. Hans Rauscher, werden gezwungen, ihre imperialistische und rassistische Weltanschauung mit immer hirnrissigeren Unterstellungen und Thesen über Putin-Versteher und Verschwörungstheoretiker zu verteidigen. Das Eis bricht also und die Mahnwachen sind nicht nur die Spitze des Eisberges gewesen auf der Straße, sondern wir sind auch der Bug eines Eisbrechers, der diese festgefrorene Medienlandschaft wieder ein bisserl in Schwung gebracht hat. Aber der Einfluss der Mahnwachen geht noch weiter. Vor kurzem hat sich Katrin Oertl, die Frau mit den Augenbrauen, die Pegida mitbegründet hat, offen von dieser Bewegung losgesagt, weil sie meinte, dass diese Bewegung an der Ursache vorbeigeht. Sie hat sich einem Shitstorm ausgesetzt, in dem sie Lars Meerholz lobend erwähnt und sich von Lutz Bachmann, der immer extremistischer wird, losgesagt hat. Versteht mich nicht falsch, ich will dieser Frau jetzt nicht den roten Teppich ausrollen, aber wenn du den Mut aufbringst, eine Debatte loszulösen und dich dieser Debatte auch zu stellen, dann hat das Respekt und Achtung verdient. Wie ernst es ihr ist und wie ehrlich sie ist, das muss sich noch zeigen. Und das alles, diese Erfolge, die ich gerade aufgezählt habe, das Offenlegen der Antideutschen und ihrer imperialistischen Kameraden samt ihrer Verflechtungen in Medien und universitären Einrichtungen, nicht nur bei uns in Österreich übrigens, die wichtige Debatte innerhalb der Linken über eine vernünftige Friedenspolitik, all das sind Erfolge, für die es sich doch zu schrumpfen gelohnt hat. Die Mahnwachen sind bei diesem Kampf von einer dicken Raupe die sie waren starr geworden und haben sich zu einer Puppe eingesponnen. Auch die leidigen internen Debatten über die politischen Ausrichtungen und unnötige Streitereien über den Begriff der Meinungsfreiheit haben mitgelähmt. Ich sage, eine Friedensbewegung hat nicht links zu sein, sondern einfach nur menschlich. Und es gibt Rechte, die sich menschlicher verhalten als so manche Linke. Daher ist für mich der Ausspruch, es gibt kein Rechts und kein Links mehr, absolut legitim und sollte sogar als Ausruf immer und immer wieder wiederholt werden. Denn wer sich über Mitmenschlichkeit und über Empathie definiert, der hat es, so wie ich, nicht nötig, sich einem politischen Begriff unterzuordnen, nur um damit die Hoffnung zu haben, von unserer Presse oder unseren politischen Institutionen mit Respekt behandelt zu werden. Von einem Großteil unserer Presse wirst du nämlich nur noch dann mit Respekt behandelt, wenn du auf Punkt und Komma der Meinung der dort arbeitenden Journalisten folgst. Tust du das nicht, dann werden die üblichen Kampfbegriffe fällig. Antisemit, Verschwörungstheoretiker, Putin-Versteher, Anti-Amerikaner, Neurechter, Anti-Emanzipiert, anti-modern und bla, 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 bla. Diese verlangte Anbiederung, die uns der Mainstream aufdiktiert, ist für mich nicht nur uninteressant, sondern zutiefst anti-emanzipatorisch. Ich habe mich nicht von meinem Elternhaus gelöst und dem kleingeistigen provinziellen ÖVP geprägten Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, nur um mich dann einem anderen autoritären System unterordnen zu müssen und Karriere machen zu können oder ernst genommen zu werden. Ich betrachte mich als modernen und aufgeklärten Menschen, der sich gegen unsere militarisierte und auf Ausverkauf getrimmte Gesellschaft ausspricht, um so auf den Wahnsinn unserer Zeit aufmerksam zu machen. Scheinheilige Linke, wie die Julis, Linksjugend Solid, ein großer Teil der Grünen, aber eben auch die mollige Frau aus Frankfurt und der von mir schon erwähnte Stefan Kriegert samt seiner Kameraden sind mit ihrer starren und unflexiblen Haltung anti-emanzipatorisch Sie sind mit ihrem Gesinnungsterror mitverantwortlich, dass unsere Gesellschaft immer mehr in ein totalitäres und bald auch faschistisches System, wie es eben gerade in der Ukraine passiert, kippen wird. Sie sind mitverantwortlich dafür, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, die israelische Regierung und viele andere Regierungen mit ihrer militärischen Überlegenheit jeden Tag üble Menschenrechtsverletzungen ausführen können. Sie sind mitverantwortlich dafür, dass durchgedrehte Banker und CEOs diverser Großkonzerne unseren Planeten und einen großen Teil der Bevölkerung ungeniert ausbeuten können, weil sie jedem, der unser Geldsystem oder unser Bankensystem kritisiert, eine verkürzte Kapitalismuskritik unterstellen, solange man nicht ihrer Diktion folgt. Und mit ihrer selten dämlichen Entweder-Oder-Haltung stärken sie dann auch einen Autokraten wie Putin. Anstatt auch in Russland einen natürlichen Prozess zuzulassen, der über kurz oder lang zu einer freien Gesellschaft führen wird. Und was ich jetzt sage, das geht direkt an die mollige Frau aus Frankfurt und an unsere hohlen Kritiker und Denunzianten aus Wien und Umgebung, denn anscheinend verstehen sie nur eine deftige Sprache. Wer eine Bewegung, die sich für Frieden, Wahrheit und Gerechtigkeit und Freiheit einsetzt, einzig an ein paar Extremisten, die hin und wieder das Mikrofon gekapert haben, Mist, der ist selber ein Extremist und soll die Fresse halten. Und jetzt zu den internen Problemen, den gerade erwähnten Extremisten, die uns immer wieder kapern wollten. Wer sich einer Bewegung anschließt, die von sich aus sagt, menschlich, aber nicht politisch zu sein, nur um diese Bewegung dann ein politisches Etikett zu verpassen, der soll bitte zu Hause bleiben. Wer sich einer Bewegung anschließt, die sich dafür einsetzt, dass die Wahrheit über die Kriegstreiberei unserer Regierungen und Presse ans Licht kommt, nur um dann eine leidige Debatte über die angebliche Holocaust-Lüge führen zu wollen, der soll bitte zu Hause bleiben. Wer sich einer Bewegung anschließt, die sich für ein gerechtes menschliches Gesellschaftssystem einsetzt, nur um dann für sich selbst und sein Ego Gerechtigkeit einzufordern, der soll auch bitte zu Hause bleiben. Wer nicht in der Lage ist, die Menschheit als Ganzes zu erkennen, sondern immer Vorurteile braucht, um eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit rechtfertigen zu können, um von einer jüdischen Weltverschwörung zu faseln, den Islam als Übel der Welt zu stilisieren, die Jesuiten als die Nummer Eins Bösen zu sehen, der soll sich entweder von dem Geist der Mahnwachen und all der wunderbaren Menschen, die den ermöglichen, inspirieren lassen, oder eben bitte zu Hause bleiben. An all diesen Schwierigkeiten sind die Mahnwachen lahm geworden. Aber eine Bewegung wie die Mahnwachen bleibt nicht gelähmt. Jeden Montag, über die ganzen letzten Monate, über den ganzen Winter, haben sich in genug wieder Menschen eingefunden, um den Geist der Mahnwachen weiterzutragen und um so diese Bewegung neu auferstehen zu lassen. Sie haben ein Netz aus Seide gesponnen und dieser Bewegung eine notwendige Transformation ermöglicht. Diesen Menschen, egal wer sie sind, egal wo sie sind, diesen Menschen widme ich diese Rede. Jeder von ihnen ist auch ein Teil von mir. Jeder von ihnen ist mitunter auch ein Teil und ein Papa von Breitwand Bartonek und jeder einzelne dieser Menschen und jeden einzelnen dieser Menschen möchte ich mit dieser Rede meine herzlichste Zuneigung, meine größte Achtung und meinen tiefsten Respekt aussprechen. Lasst uns gemeinsam der Realität ins Auge sehen und laut aussprechen, was Tatsache ist. Die Mahnwachen sind nicht mehr die fette Raupe, die sie waren und nicht mehr die lahme Puppe, sie sind geschlüpft und sind ein bunter Schmetterling. Jeden Montag vor dem Wiener Parlament und jeden Montag in vielen anderen Städten in Österreich, der Schweiz und in Deutschland. Die Zeit drängt. Die alten Militaristen und ihre Wurmfortsätze samt der herrschenden Klasse spüren schon, dass die Weltbevölkerung am Aufwachen und sich erheben ist. Und sie werden alles daran setzen, dass diese Welle mit Gewalt wieder zerteilt und klein gehalten wird. Die Mahnwachen haben für mich die Aufgabe, Menschen aufzuklären und auf friedlichen Widerstand einzustimmen, indem man den Begriff Frieden in seiner Schönheit und Wichtigkeit in das gesamtgesellschaftliche Bewusstsein rückt. Das klingt einfacher, als es ist. Es ist den Mahnwachen schon zum Teil gelungen und wird ihnen wieder gut gelingen. Ein Kraftakt ist gefragt, ich bin zuversichtlich. Ich bin viel herumgekommen, habe viele Menschen kennengelernt, die sich für die Mahnwachen engagieren und jeden von ihnen traue ich zu, dass sie ihren großen Beitrag leisten, dass das jahrtausendealte System der Autokratie, also der Herrschaft, welches alle anderen Gesellschaftssysteme immer wieder gekapert hat, fallen wird. Wir haben das Internet und die digitale Revolution wird zur Organischen werden. Es läuft ohnehin schon. Wir leben in interessanten, in spannenden und vor allem in revolutionären Zeiten. Nutzen wir die vielen und die großen Chancen, die wir haben. Wir sind viele, aber wir sind alle Menschen. Jeder für sich individuell, aber vereint in der Menschlichkeit. Und sogar die mollige Frau aus Frankfurt, ob es ihr passt oder nicht, ist Teil davon. Daher wäre es widersprüchlich und ziemlich Borderliner mäßig, wenn ich den Kampfeswillen und die Sturheit dieser Frau nicht zumindest in einem kleinen Maß bewundern würde. Ich sage Respekt für Jutta von D, aber null Respekt für ihr momentanes Verhalten dem Mahnwachen gegenüber. Es wird Zeit, dass diese Frau wach wird und sich die Realität vor Augen führt. Es geht nicht darum, alles gut zu heißen, aber jeder Mensch sollte in der Lage sein, sich einem Gespräch hinzugeben, welches auf Kooperation und nicht auf Konfrontation setzt. Lassen wir nicht zu, dass man uns weiter zerteilt, um uns so zu beherrschen. Versuchen wir miteinander zu reden und uns die Hände zu reichen. Ich habe einmal schon gesagt, die Geste einer wirklichen Friedensbewegung kann weder der Zeigefinger noch die Faust sein. Es kann nur die offene Hand sein, die seinem gegenüber gereicht wird. Meine Hand reiche ich allen und wenn man sie mir wegschlägt, dann lang leben die Mahnwachen. Habe die Ehre in Ewigkeit Samen. Auf Wiedersehen.